Warte. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Nerd Talk Runde mit Tito Vorderbrück und Martin Krolop. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Ich werde erstmal mit unserem Wasser anstoßen. Das ist jetzt ein Insider. Könnte relevant werden. Eines Tages. Hashtag Werbung. Schmeckt auch besonders gut aus diesen Thermobechern. Schön kalt und heiß. Beides gleichzeitig. Geht nicht, aber geht beides. Ganz entspanntes Lauwarm. Sowohl als auch. Warum sind wir heute hier? Ich habe ja ein Thema mitgebracht, weil beim letzten Workshop, oder es war jetzt nicht der letzte, aber eines der letzten Workshops, waren wir im Sommer in der Heide. War sehr toll, war Spaß gemacht, aber ich habe wenig fotografiert, weil es ja nicht mein Job ist, zu fotografieren auf Workshops, sondern mein Job ist es, dass die Teilnehmer was lernen, fotografieren und besser werden. Und deswegen habe ich mit dem Handy Fotos gemacht. Okay. So ein bisschen nebenher, weil ich wollte eigentlich so ein bisschen Making-of machen, auch für Instagram und Co. Und mir ist was aufgefallen, weil ich versucht habe, irgendwann mal in einer Sekunde dann, war letztes Set des Abends, wunderschöner Sonnenuntergang, ein paar Fotos zu machen, die eigentlich auch gut aussehen. Und mir ist es nicht gelungen. Mit dem Telefon. Mit dem Telefon. Und zwar mit dem iPhone 14 Pro Max plus Schallerblubs, alles was geht. Also das ist Vollausstattung hier, war? Einmal Liste. Wie nennt sie das beim Auto? Vollausstattung? Einmal alle Extras. Alle Extras, ja. Alle Extras drin. Ich habe das mal mitgebracht für dich. Wir blenden jetzt hier ausnahmsweise eine einzige Nordtalk, die wir bisher gemacht haben, wo eine Einblendung kommt. Tut mir leid, Thilo. Wir haben schon mal Glitzerregen für Sarah gemacht. Aber egal. Das hier ist mit dem iPhone mit künstlicher Unschärfe aufgenommen. Ja. Achso, das ist beides mal das gleiche Foto. Das ist das gleiche Foto halt vergrößert. Abgesehen davon, dass es nicht mal scharf wurde. Das ist ja auch künstliche Unschärfe. Ja, nee, aber das ist jetzt Bewegungsunschärfe. Das war Wackelungsunschärfe. Ich muss noch ein bisschen weg vom Mikro hin. Ja, also du kannst gerne mal. Oder in die Hand nehmen, ja. Ja, das ist ja kein Problem hier. Das ist nicht scharf. Das war jetzt auch nicht wenig Licht. Da geht die Sonne unter. Also richtig. Da müsste theoretisch sehr viel Licht sein. Das ist sehr viel Licht. Da musst du Augenblinzeln zumachen, weil es so hell ist. Ja. Erstens, ich finde die Farben kacke. Die Unschärfe, muss ich sagen, die finde ich gar nicht so schlecht. Die sieht gar nicht verkehrt aus. Das stimmt, ja. Auch so gerade in dem Blätterwerk da, das sieht gut aus. Ja. Ich habe dann gesagt, das geht nicht. Das sieht kacke aus. Von den Farben, von den Hauttönen, von allem. Und habe dann sozusagen ein Foto nochmal ohne Unschärfe gemacht. Okay. Und dachte mir, okay, jetzt sieht es aus wie Handy. Ja. Jetzt ist alles scharf. Es ist alles scharf. Es sind auch bessere Farben dazugekommen ein bisschen, aber es ist trotzdem noch Rotze. Ja. Ja. Also es ist kein schönes ästhetisches Bild, vom Motiv jetzt mal abgesehen. Und jetzt kommt es, der Schock war ja für mich viel größer, weil ich ja die Fotos auf den Kameras ja Teilnehmer gesehen habe. Und ich habe auch das ja selber eingerichtete Set, das ist mit Reflektor gemacht und sowas. Und man sieht es ein bisschen von links kommend. Also genau, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis. Also von vorne war auch schon Licht. Das war jetzt keine Silhouette, die man... Wir haben jetzt hier nicht einen Workshop gemacht und haben Leute gegen Sonnenlicht einfach dullyhaft fotografiert. Das war in den Workshops. Ja, aber das war hier ein zwei Meter Auffäller mit Weiß. Also so die perfekte, eigentlich so die perfekte Gegenlichtsituation. Und wenn ich jetzt mal weitergehe, ach so, nee, halt, dann habe ich noch ein drittes Bild gemacht und habe gedacht, okay, komm Instagram-Kamera, die macht ja auch besonders, also das ist ja auch so beim iPhone, du hast ja andere Kamera-Features und andere Kamera-Looks, wenn du in den Apps fotografierst. Ja. Und dann habe ich mit einem Filter gemacht und ich fand diesen HDR-Filter, wo dann die Sonne dunkler wurde als das drumherum. Also siehst du, wie komisch das ist, dass die Sonne, also die Abdunklung im Himmel hört nach oben hin auf. Es sieht sehr unnatürlich aus, ne? Ja, also irgendwie so, also, ja, fürchterlich, ne? Mhm. Und jetzt gucken wir uns mal an, was es mit einer Kamera rauskam. So. Holy. Ja, das ist mal ein Bild jetzt, ne? Ein Foto. Das übrigens von dem Teilnehmer, dem Martin aufgenommen, also der heißt auch Martin wie ich, der hat mit einer R5 mit 85 1.2. Also schon cremiger, cremiger Amateur-Ausrüstung. Unschärfe, Unschärfe, was ganz schönes, hier die Bokeh-Bobbles da im Hintergrund, ne? Aber jetzt allein die Farben meinst du wahrscheinlich vor allem, ne? Wahnsinn. Ja, auch der Look und Hauttöne. Die Farben, die Identität, die Natürlichkeit und auch so die Dynamik. Das ist halt einfach geil. Ja. Und wenn man das jetzt mal so im direkten Vergleich anguckt. Ja, okay. Es ist ein sehr unfairer Vergleich. Weiß ich nicht. Jetzt vom Output her ist es ein unfairer Vergleich. Sagen wir so. Wie oft hast du schon irgendwelche Videos gesehen bei YouTube und hast schon gehört irgendwie so, oh, das Handy macht auch super tolle Bilder. Und ich denke mir so, das ist ein 2000-Euro-Handy. Also es geht nicht besser. Ja. Und das ist der Rotz, der rauskommt. Sogar mit Lichtsetzung. Ja. Und. Ich muss es nochmal in die Hand nehmen. Ja. Also der Unterschied ist frappierend und auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass es diesen Unterschied gibt. Den Unterschied gibt. Ich finde aber auch, das wird zu wenig gemacht. Man kriegt bei YouTube immer nur irgendwelche Videos vorgeschlagen, wo jemand zeigt, wie toll das iPhone fotografiert. Ich meine, wir haben ja auch schon ein Video gemacht und haben in einem Studio perfekt ausgeleuchtet. Also nicht mit Gegenlicht, sondern vor Grau. Weißt du so. Und mit richtig gutem Dauerlicht kann man mit dem iPhone halt auch richtig schöne Bilder machen. Ja, ja. Aber das war jetzt eine Situation, auf die ist das iPhone scheinbar nicht programmiert gewesen. Weißt du? So diese Computational Imaging. Ich glaube, da liegt auch vor allem der Hase im Pfeffer. Ja, dass es für viele Use Cases optimiert wurde. Also nicht für viele, sondern für die Use Cases, die wahrscheinlich 90 Prozent der Leute haben. Aber für nichts anderes. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt abends am Strand im Urlaub wäre mit meinem Sohn im Mann, dann würde ich doch ein Bild mit dem Gegenlicht machen wollen. Der Anzug, also wäre schön, ja. Wird aber hier so ein Rutz rauskommen. Also ja, ich glaube, das Handy ist gemacht. Ich war letztens in Zinkst mit Sohn und um 14 Uhr mittags beim Sandbuddeln, da waren die Bilder geil. Da war der Himmel, die Dynamik war ausgeglichen, der hatte keine Totenkopfaugen, weil die wurden hell gemacht. Also da ist genau das passiert, was du gesagt hast. Das Handy hat erkannt, alles klar, der Depp will um 14 Uhr mittags ein Foto machen, was er eigentlich gar nicht tun sollte. Und jetzt mache ich das mal richtig. Aber wenn es ein bisschen kreativer sein muss, dann scheitert das. High, los. Und das ist so der Punkt. Ich finde, man hat immer nur so Videos, wo Leute angeben, wie schlecht Fotokameras sind. Weißt du, so im Vergleich, oder wie gut das iPhone wurde. Kennst du diese YouTube-Videos, wo man sagt, iPhone versus Kamera und dann merkt man so, ist ja fast kein Unterschied. Und ich finde, so in der Realität, gar nicht. Ja, wobei, also ich versuche jetzt immer so ein bisschen den, ne? Ja, ja. Gib mir gegen. Advokatus Diabolus. Hatten wir letztens schon mal irgendwie. Advokatus Diabolus. Nee, Diabolus, weil es ja Genitiv. Des Teufels. Aber du kannst auch sein, Advokat Teufel. Advokat des Teufels. Aber du kannst ja auch sein, der Advokat der Teufel heißt. Der Teufels Advokat. Teufelsanwalt. Nee, der Advokat namens Teufel. Weißt du, dann wäre es kein Genitiv. Ja, aber es ist ja der Anwalt des Teufels. Aber vielleicht ist der Teufel ja auch ein Anwalt. Das kann sein. Oh, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt fies in so einer Meta-Ebene, meinst du? Ich meine, vielleicht sind ja Teufel. Vielleicht sind Anwälte Teufel. Das hast du jetzt gesagt. Okay, alle, alle da draußen jetzt Anwälte sind. Naja. Shame on me. Es gibt so dieses witzige Simpsons-Meme, wo der, dieser komische Anwalt da, der dann sagt, ach, stellt euch doch mal eine Welt ohne Anwälte vor. Und dann so Gedankenblase und alle Regenbogen und tanzen im Kreis und so. Naja, wie auch immer. Leute, die nur mit dem Handy fotografieren, machen wahrscheinlich auch selten kreative ästhetische Bilder. Oder wollen sie gar nicht? Ja, aber ich glaube, die Suggestion ist, dass das gilt, ja. Die Suggestion ist, dass man keine Kamera mehr braucht, weil das Handy ja so gut ist. Weißt du? Und dieses, ich habe das Handy immer mit dabei und das macht so tolle Fotos. Die Leute haben ja nicht immer eine Kamera und ein Handy dabei und fotografieren. Also eigentlich sollten wir allesamt mal viel mehr Fotos mit Handy und mit Kamera machen. Um mal zu vergleichen. Um mal mehr zu vergleichen, weil das ist immer so fast. Also das ist so, da sind YouTuber, die bauen perfekte Setups auf. Ich meine, in unserem Lichtbuch ist auch ein Handyfoto drin und die weißen Leute erkennen es gar nicht. Aber es ist halt mit perfektem Licht in Grau und Grau gemacht. Also da war das nicht relevant, welche Aufnahmetechnik verwendet wurde. Aber dafür haben wir dafür gesorgt. Ich finde so in diesen realistischen Kreativsituationen, da versagt das Handy. Da hast du schon recht. Es ist so getrimmt auf die eigentlich nicht fotografierbaren Situationen, habe ich so das Gefühl. Auf dieses Casual. Also entweder Fenster-Selfies. Das geht super. Das geht super. Oder halt irgendwie so mittags 14 Uhr Sonnenlicht. So Kacklicht. Ja, wahrscheinlich wirklich, wenn man Kreuzfahrtschiff verlässt. Durch die Stadt geht. Aber hättest du es so gedacht? Ne, also da ist ja der Unterschied schon krass. Beides out of cam übrigens. Also nicht bearbeitet. Ja. Ja, also vor allem auch beim, man kennt es ja beim Handy, dass man irgendwie die Belichtung auch ein bisschen runter machen kann. Aber es hat ja anscheinend auch nicht. Ich habe ja alles gemacht. Also es ist so, ich habe ja probiert. Und das ist teilweise so, dass ich runtergezogen habe, dann habe ich das Foto gemacht und dann hat das Handy dann hinterher die Tiefen hochgezogen und so. Also es sah auch teilweise besser aus, als ich es eingestellt habe, als danach dann diese Computer, Computer. Da die einzelnen Nullen dazukamen. Ja, dazukamen. Also es ist aber, also ich finde, und jetzt, ich habe auch nochmal ein Bild mitgebracht, so, das hat mir einer der Teilnehmer geschickt. Da habe ich gerade in meinem überdimensionierten Foto nicht Apparat, was mal Telefonierapparat war. Also auf der anderen Seite finde ich es auch übertrieben jetzt sozusagen, mein Handy ist nur Telefon, das braucht nichts anderes und sowas. Das ist schon mehr geworden, das muss man zugeben. Absolut. Und dass die Kamerafunktion auch wichtig im Handy ist, ist auch wichtig. Aber ich glaube, guck dir doch mal das Bild an. Das ist doch einfach schön. Ja. Ja. Die Frage ist ja trotzdem, also, also, wo gehen wir hin damit? Mit, also wir gehen ja, also wollen wir, es gibt halt immer noch einen Bedarf an Kameras? Auf jeden Fall. Ich fand es halt auch interessant, Entschuldigung, bedenke mal weiter, Thilo. Ja, dauert ein bisschen. Ich fand es auch interessant, der Martin fotografiert hat mit einer R5 und einem 85 1.2. Das andere Objektiv, der das beinhaltet hat, war 50 1.2 und das andere Objektiv war, glaube ich, noch 70 200 2.8. Das sind halt auch die Mörderobjektive. Aber ich finde, genau die machen den Look. Guck dir mal das Bild an, wie viel, wie cremig oder wie sanft oder zart das Ganze aussieht. Das ist halt diese 85 1.2. Und das willst du eigentlich haben. Und ich finde es immer schade, wenn dann Leute mit so einer 24 120 F4 rumrennen. Weißt du? Oder so sprüchig ist und von wegen Unschärfe ist die Kreativität des armen Mannes. Weißt du, so, wenn man gut fotografieren kann, dann ist man bei Blende 8, weil dann kann man alles gut setzen. Nein, das ist, ich finde das einfach schön. Und es ist ästhetisch. Und, muss man sagen, ist halt eins der Unterscheidungskriterien, die man zum Handy hat. Unschärfe. Schöne Unschärfe. Wobei, muss man auch sagen, diese künstliche, die sah jetzt tatsächlich ja nicht kacke aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Also hast du jetzt aber gerade selber. Also ich fand die Unschärfe jetzt im Hintergrund gar nicht so kacke. Gut, fairerweise muss man sagen, der Rest ist auch unsch. Also ja. Okay. Du meinst, vielleicht hat die Verwaltungsunschärfe noch das Bokeh verschönert. Vielleicht, ja. Wer weiß. Nein, ich meine, klar, da ist viel passiert und so. Und das wird wahrscheinlich irgendwann so eine ähnliche Diskussion sein, wie, also ob man den Unterschied überhaupt noch erkennt zwischen künstlicher Unschärfe und, also ich, das ist ja auch schon, das gibt es ja schon theoretisch seit Jahren. Aber früher hat man es halt schon irgendwie gesehen, dass das irgendwie. Wir haben ja noch die Lichtfeldkameras mitgemacht damals, ne? Ja gut, das ist nochmal was anderes. Nein, aber ich meine, so künstliche Unschärfe gab es in Handys, oder gibt es ja in Handys schon länger, aber früher hat man dann doch irgendwie deutlich gesehen, okay, der hat das Motive herkannt, hat das irgendwie doch nicht so toll ausmaskiert und so. Ja, ja, genau. Da ist es auch irgendwie nochmal beeindruckend, weil es ja in Echtzeit irgendwie in Videoform noch passiert. Aber das mit einem guten iPhone, mit einem halbwegs aktuellen, sieht man das ja wirklich kaum noch. Außer man macht wirklich... Und selbst dann wird es schwierig, ne? Und dann wird es schwer. Ne, aber ich meine, das wird vielleicht so eine ähnliche Diskussion sein, wie du vielleicht sagst, ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen. So wenn ich digital noch Korn drüber lege über mein Bild, dann sieht das auch analog aus und so. Das stimmt ja auch, muss man auch fairerweise sagen. Also, ich finde, also da finde ich halt schon lustig. Lustig, dass dieses Digitale... Ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt so eine Bewegung des Anachronismus. Ja, gibt es, ja. Weißt du, so Leute, die sich... Ich finde, der beste Vergleich ist so, wo die Leute damals gesagt haben, das Pferd, weißt du, so Autos, die Tankstellen, die ja nicht gab, so die Bibliotheken. Ach, das Pferd. Pferd. Das Pferd, 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 Pferd. Weißt du, so hey, diese Autos, die können nie das Pferd ersetzen. Ich meine, das kannst du überall grasen lassen, wie willst du diesen Alkohol bei so vielen Apotheken herbekommen? Das klappt doch niemals. Weißt du, so... Ja. Und dann irgendwie gesagt, so, keine Ahnung, das ist ja voll ungemütlich, weil es laut ist und so. Das ist ziemlich leise geworden im Vergleich zu den ersten Autos, weißt du? Ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem gibt es jetzt schon eine... Also ja, den Hang zum Anachronismus irgendwie, so eine Rückentwicklung. Ich meine, warum fotografiert man analog? Außer, weil es einem einfach Spaß macht, sich selber zu behindern. Naja, also... Ja, was heißt behindern? Also ja, es ist vielleicht... Effektivitätstechnisch ist eine Behinderung. Ja, natürlich. Ich glaube auch, die wenigsten Menschen fotografieren analog erstens ausschließlich und zweitens, um sehr viel Geld zu verdienen. Also... Eigentlich eher, um sehr viel Geld zu vergeuden. Ja, also ich glaube, die wenigsten werden dafür bezahlt, analog zu fotografieren. Nein, natürlich, es ist so ein bisschen Rückbesinnung. Ich will das gar nicht so, das klingt alles so ein bisschen esoterisch. Aber im gleichen Maße findet man das ja... Deswegen ist ja jetzt die Fuji X100V-Typenbezeichnung... X100V, ja. X100V, jetzt so quasi überall vergriffen mit krassen Wartezeiten, weil irgendein TikToker gesagt hat, das ist eine coole Kamera. Echt, das war ein TikToker? Ja, ja, ja. Also habe ich gelesen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, aber das im Kleinen quasi, also unsere Gen Z ist jetzt die aktuelle... X100V, Z plus 10. Jetzt die jungen Leute, die auf TikTok abhängen und TikToks machen. Die jungen Leute. Für die ist das ja auch ein Schritt Anachronismus, jetzt wieder mit richtigen Kameras, wie der Fuji zum Beispiel oder so eine Cybershot. Jetzt komme ich mir gerade in diesem Moment sehr, sehr alt vor. Ja, ja, aber das ist ja quasi der gleiche Schritt, nur 20 Jahre später. Weißt du, wie ich meine? Jetzt komme ich mir noch älter vor. Ja, wir sind halt alle keine 15 mehr. Du meinst, die jungen Leute finden es anachronistisch, mit einer Fotokamera zu fotografieren? Ja, natürlich. Das kennen die ja nicht. Ja, ich verstehe es. Ich glaube dir auch. Die kennen auch das Konzept Speicherkarte ja gar nicht. Oder haben gar kein Gerät, wo sie eine Speicherkarte reintun können. Die sind ja mit Handys aufgewachsen. Stimmt. Haben teilweise überhaupt keinen Laptop mehr. Also was heißt teilweise? Wahrscheinlich haben die meisten jungen Leute keinen Laptop mehr, weil sie ihn nicht brauchen. Die haben vielleicht ein iPad für die Schule oder so maximal, so mit Tastatur noch, dass sie das auch irgendwie noch hinkriegen. Aber Computer, Computer, Computer. Schreibaufsatz. Aber ich glaube schon, da ist so ein Bedürfnis da, dass alles so ein bisschen vom Handy auch wieder weg zu... Also gerade bei diesen Gen-Z-Lern finde ich witzig. Ich war letztens am Rhein, da hatte auch, da waren vielleicht, keine Ahnung, 17, 18, die hatten so eine kleine Cybershop dabei und ich habe mich irgendwie darüber gefreut. Ja, die haben dann so ein bisschen probiert, da schöne Bilder mit dem Dom im Hintergrund zu machen und so, boah, das sieht voll geil aus. Anscheinend war die Kamera recht neu, also für die neu, nicht neu, neu. Cybershot. Ja, ja. Und mir dachte ich auch, das hört putzig irgendwie. Da dachte ich ja, vielleicht ist das Gleiche, wie wenn ich mit einer analogen Kamera rumrenne. Wahrscheinlich, ne? Ja, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Wahrscheinlich eins zu eins. Ja, aber das ist ja der Punkt. Ich glaube, also warum ich mir mit dem Thema mit dir anfangen wollte, war einfach so... Stimmt, wir sind ein bisschen abgewogen. Nee, darum geht es ja bei uns. Ich finde es einfach total falsch, wie das Handy so den Kameras das Wasser abgräbt, aber die Kameraleute sich gar nicht dagegen wehren. Ich finde es auch ehrlich gesagt falsch, dass irgendwelche YouTuber da das Handy hochhalten, aber eigentlich Fotokanäle sind. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand, weißt du, wenn jemand aus der neuen Generation, wie du jetzt gerade besprochen hast, sagt, hey, guck mal hier, ich kann das und das mit dem Handy machen. Völlig legitim. Aber irgendwie ist das ja so ein Klickgeilheit, weil man sagen, zeigen möchte, guck mal, ich kriege das auch mit Handy hin. Aber das sind halt verschönerte Darstellungen. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe nicht absichtlich... Du hast keine schlechten Bilder produziert. Ich habe da nicht absichtlich schlechte Bilder gemacht. Und für Instagram hat es auch gereicht. Die haben auch was gepostet. Aber das können halt alle Teilnehmer vom Workshop belegen. Ich war ein bisschen geschockt, wo ich dachte so, boah, das hast du selber nicht kommen sehen. Weil ich glaube, ich mache jetzt in Zukunft öfters mal so ein bisschen ein Foto nebenher. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, wie das läuft. Weil ich glaube nicht daran, dass diese kreative Art der Fotografie, um die es ja eigentlich gehen sollte, dass die ersetzbar ist durch ein, sagen wir es so, durch ein Fotoaufnahmegerät, was... Ich gucke kurz, ob wir noch laufen übrigens. Ja, ja. Ein Fotoaufnahmegerät, was hauptsächlich über Computer generierte Bildverarbeitung die Fotos macht. Das ist nämlich auch so ein Thema. Kommt es dir dann... Also du hast es jetzt so gesagt, als ob es dir... Bisschen unangenehm wäre, dass es so ist? Also was heißt unangenehm, aber im Sinne von, das ist keine echte Fotografie? Nee. Also ich habe... Weil das sagen ja auch viele. Und ich finde ich auch, ist ja auch ein Legitim... Ach, weißt du, so... Da muss man aufpassen. Kennst du noch diese Zeit, du hattest über Autofokus und dann war das das Ende der Fotografie? Ja, ja, ja. Immer das gleiche. 80er, ja. Photoshop war, als das rauskam, da war ja Bildmanipulation. Es gibt ja keine echten Fotos mehr. Ja, ja. Also jedes Jahr wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja, irgendwie schon. Das ist das Ende der Fotografie. Ja, ja, ich sehe das ja auch so kritisch, aber... Da wäre ich auch etwas entspannter. Das Ding ist bloß, mir geht es um eine Sache und zwar, ich glaube, Menschen können schon verdummen, wenn sie Dinge zu sehr auslagern aus ihrem Kopf. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist die Gefahr mit dieser optimierten Aufnahmetechnik, dass über viele Dinge man sich keine Gedanken macht und wenn man die über hundertmal keine Gedanken macht, beim hundertersten Mal sind sie einfach verschwunden. Ja. Und dass auch teilweise auf die falschen Effekte und auf die falschen Dinge Wert gelegt wird, weil, wenn ich jetzt Lichtsetzung kann, weil ich zum Beispiel das ultimative Lichtsetzungsbuch Schatten oder die Hashtag Lichtsetzer-Magazine... Oder mal einen Workshop beim Kohler-Besuchler... In einem auswendig Hashtag Werbung besucht habe und dann sage, boah, ich möchte diesen Effekt haben, weil er denen und denen entspricht und das möchte ich kreativ einsetzen und jetzt lieber Computer, mach mir das. Dann habe ich damit gar kein Problem. Bloß, wenn das sozusagen automatisiert drüber gelegt wird. Also, wenn das Ding Tiefen aufhält und Lichter reduziert und sonst was und ich möchte es gar nicht. Und man kann es ja auch nicht dann verhindern in dem Punkt, ne? Und man kann es auch nicht verhindern, ja. Man wird so ein bisschen erzogen vom Telefon vielleicht dann, was man auch für Bilder macht. Ja, ja. Weil offensichtlich sind das Bilder, die man jetzt nicht unbedingt gerne in seinem Feed oder wo auch immer haben möchte. Never, never. Das heißt, du fotografierst dann eher zu schlechteren Zeiten, weil du weißt, das Handy macht dann bessere Bilder, also wann geht man denn eigentlich am besten rausfotografieren? Im Gegenlicht, abends Sonnenuntergang, geile Stimmung und das verhindert das Handy de facto. Vielleicht wollen die Programmierer alle nicht früh aufstehen, aber wahrscheinlich wollen die Programmierer alle nicht früh aufstehen. Kein Programmierer möchte früh aufstehen. Ich glaube einfach, niemand möchte früh aufstehen. Oh doch. Aber Fotografen wollen früh aufstehen, sonst wären sie ja keine Fotografen. Landschaftsfotografen. Achso, ja, Landschaftsfotografen. Ja, auch für, ne, wart auch abends in der Heide. Ja, es war wunderschön, bis sie fliegen kamen. Ja, gut. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Auch das gehört dazu. Der Zink ist ja groß. Kriegt auch kein Handy weg. Nein, aber das ist so ein bisschen die Thematik. Ich glaube, da überlassen wir dem Handy zu sehr. Das stimmt, ja. Und das ist halt auch so eine Sache so, dass viele, die fotografieren, selber gar nicht glaube ich mehr erkennen dadurch, was sie für ein eigentliches, mächtiges Gerät heutzutage haben. Diese Sony, diese Canon R5 mit der 85er, ist natürlich ein Trümmer, den man mit sich rumschleppt, aber überleg mal, was das für geile Bilder sind. Ich meine, wenn du doch abends eine Grillparty machst, du doch abends eine Grillparty machst und dir schenkt jemand solche Bilder. Ja, das sind halt schöne Bilder. Das ist doch voll geil. Also die hast du doch, die willst du doch immer wieder aufhängen und haben, sonst was. Übrigens, das leicht unscharfe kommt von dem Mistfilter. Also wir hatten jetzt hier auch sogar noch einen Mistfilter im Einsatz, den ich in letzter Zeit oft im Einsatz habe. Ich muss niesen. Gesundheit. Red du weiter. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Okay, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ich habe auch abgeleitet in meinen Kopf. Sehr gut. Ja. Oh, meine Ohren. Ja, ich weiß auch nicht alles, was du so mit... Aber die heutige Macht von heutigen Kameras ist ja, die kriegen sowas out of cam raus. Die kriegen sowas einfach raus. Ja, was heißt heutigen Kameras? Kameras? Das war damals noch nicht in der Qualität machbar. Ja. Du hättest A nicht fokussieren können durch diesen Mistfilter im Gegenlicht, der hätte das Motiv nicht erkannt. Und du hättest auch nicht diese Farben bekommen. Okay, aber trotzdem auch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ja, ja. Wir reden vor 20 Jahren. Ach so. Ja, okay. Ja, ja. Aber gut. Gut, damals waren die Handys auch schlecht. Da würde man gar kein Bild machen. Ja, da würde man gar kein Bild machen. Aber der Punkt ist, ich glaube, da wird teilweise auch einfach Fotografie falsch eingesetzt. Weißt du? Dadurch. Weil man nicht erkennt, wie gut... Also, wie viele Leute kennst du, die sagen, ach, ich brauche keine Kamera mehr, ich habe mein Handy? Ja, natürlich viele. Wobei, man ja sagen muss, also, ich glaube so, für viele Use Cases sehen das, ja gut, das ist ein Bubble-Ding vielleicht, einige Leute noch einen, dass man da vielleicht eine Kamera für braucht. Aber auch da, glaube ich, kann man mehr machen. Also, 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 was heißt Bildung, Erziehung, so ein bisschen wie, also, ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht mehr, dass man noch anders Fotos machen kann, als mit einem Telefon. Ich meine, früher war das halt alternativlos, eine Kamera zu haben. Für ein Foto, ja. Weil man halt nur mit Kameras Fotos machen konnte. Heute ist es krass, eine Kamera zu haben, für ein Foto zu machen, ne? Ja, schon. Und das ist auch, glaube ich, so ein Ding, was, ich weiß jetzt nicht, wie man es ankreiden sollte, Herstellern, YouTubern, was man auch irgendwie falsch kommuniziert oder falsch werbetechnisch umsetzt. Ich glaube ja. Ich glaube, das liegt auch mit an uns, Thilo. Wir leben das ja, wir leben das ja relativ gut, muss man sagen, bei Cool Up Guest. Wir nehmen uns abends mal eine Kamera mit, wenn wir auf die Kirmes gehen als Team, dann hat jeder eine Kamera, schickt die danach in die Gruppe rum. Wir achten da ja auch nicht auf, also wir sind ja echte Qualitätsfetischisten, was Produktionsqualität und sowas betrifft. Aber wenn wir abends unterwegs sind, dann nimmt jeder eine andere lustige Kamera mit und schickt sich, keine Ahnung, Schwarz-Weiß-Bilder nachts unterwegs. Also, aber ich glaube, das kommt darauf an, dass man einfach die Dinger mitnimmt, dabei hat und auch einfach die Bilder dann verschickt. Also auch schnell. Aber erstmal muss man sie auch dafür haben. Also die Kamera. Ja, 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 ja. Bloß, wenn wir dann mehr, also sind wir ehrlich, wenn du auf eine Kirmes gehst und du hast ein 35-1.4 dabei und von mir aus kann es ein Wildrocks 35-1.4 sein, ist völlig egal. Und du machst so ein paar Bilder von den Kindern deiner Freunde, Verwandten und alles mögliche. Die schlecken da am Eis rum oder gucken sich irgendwelche Leuchten an und da hast du dann noch so einen kleinen Mistfilter drauf und sowas. Die sagen doch, boah, krass, will ich auch können. Also das ist ja immer noch faszinierend. Das ist ja genau der Effekt, den du hattest, wo die sagen, boah, krass, cool, die sehen anders aus und sowas. Ja, ja, absolut. Aber, nee, nicht aber. Ich glaube, das liegt auch an uns, das einfach ein bisschen mehr zu propagieren, nicht die Bilder drei Wochen später in Leitung zu exportieren und nochmal fünf Stunden zu arbeiten an jedem Bild, weil wir denken, es müsse noch besser sein, sondern einfach rauszufetzen, einfach in die Welt zu fetzen. Das kommt auf jeden Fall auch dazu. Ja, ja. Wobei es jetzt natürlich, also wir beide werden das jetzt nicht ändern können. Warum nicht? Große Änderungen fangen mit kleinen Leuten an. Okay. Alles nicht so? Mit kleinen Leuten. Ja, ja, schon verstehe ich. Nein, aber, aber. Nein, man muss sich, wir müssen uns alle an die Nase packen. Ich wollte nur, ich wollte nur die Verantwortung wegschieben, vielleicht auch zu Herstellern zum Beispiel. Ich finde, dass die Hersteller viel falsch machen. Ich finde, aber ehrlich gesagt machen sie gar nicht so viel falsch. Ich glaube, in unserer Bubble werden sie gar nicht mehr wertgeschätzt und erkannt. Guck doch mal an, was Sony jetzt in letzter Zeit oder auch Nikon genauso, Natural Skin Tones, sie haben eine Funktion für Hautanpassungen gemacht. Sony genauso, diese Natural Skin Tones. Beide Hersteller haben Hautfarbenanpassungen sozusagen, systematischen Algorithmen einprogrammiert, die aber nur auf JPEG funktionieren. Wobei 90 Prozent der Fotografen da draußen sagen, JPEG, mache ich in Lightroom. Das ist so, die geben sich ja schon allergrößte Mühe. Ja, wobei, fairerweise, wie gesagt, ich bin jetzt immer der Gegenpart. Ja, ja, gibt's mehr. Es gibt halt wenig, es gibt keinen, es gibt nicht mehr so den sanften Einstieg in so ein System, finde ich. Ich glaube, viele, viele Kameras, die jetzt auch neu rauskommen. Weiß ich nicht. SX, äh, S, 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 XS20. Boah, ich diese Scheiß, diese Scheißnamen. Das wird immer schwerer, ne? XS20. Das wird immer schwerer. Fuji. Geile Kamera, klein, kompakt, alle Features, großes Können. Ja. Allein so eine Alpha 6000. Macht geile Bilder. Ja, okay. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Ich sehe übrigens gerade, der Akku ist rot. Akku ist bald rot, wir müssen aufhören. Ja, es blinkt noch nicht, das ist okay. Ja, das ist okay. Und das ist ja eine Z9, die hält ja noch ein paar Stunden. Da können wir noch. Nein, aber, ähm, ah, Film 8K, oder? Ja. Okay, dann vielleicht nur da zwei Stunden. Aber wenigstens wird's nicht heiß. So need this. Ja, nee, aber, aber, aber jetzt mal ohne Witz. Also, die, die, die Übertragungen, Snapbridge, sie machen ja viel, bloß, es wird nicht wertgeschätzt. Aber es kommt nicht an und. Das ist vielleicht auch ein Vermarktungsding. Hast du irgendwann mal, also gut, es gibt keine, es gibt generell keine Kamerawerbung mehr, glaube ich. Hast du das, wann hast du das letzte Mal eine Werbung für eine Kamera gesehen? Ähm. Also, ich hab, ich weiß wann, aber, also nicht genau wann, aber welche Kampagne. Noch zur Fotokina-Zeit, ne? I'm Nikon oder sowas, ne was. Und das war wahrscheinlich nur Plakatwerbung in Köln, weil wahrscheinlich gerade Fotokina war. Nee, nee, das war Fernsehwerbung auch. Ja, okay. Ich bin Fernsehwerbung gar nicht mehr, ne? Manuel Neuer kann ich mich nicht mehr nennen. Ja, Sony, Manuel Neuer. Alpha 7, ja. Das muss ein Shit gekostet haben. Aber abseits davon findet Kamerawerbung ja auch gar nicht mehr statt. Wobei es auch eine schlechte, meiner Meinung nach, also ich denke nicht, gut, gut, wenn du sagst, ein TikToker sagt, die Kamera ist cool und deswegen fotografieren, dann kaufen sich alle und es ist ausverkauft wegen TikToker, dann funktioniert wahrscheinlich auch so ein blöder Fußballer. Aber für mich wäre das irgendwie so, wie wenn, keine Ahnung, ein Veganer erzählt, dass das Steak geil schmeckt. Was hat denn der Typ mit einer Fotokamera zu tun? Kann ich meine Oma hinstellen und sagen... Das ist ja egal, so funktioniert ja Werbung. Die packen Kuchen und sagt, geile Kamera, oder was? Vielleicht ist Manuel Neuer ein toller Fotograf, wir wissen es nicht. Man darf sich wundern. Nein, aber... Da tue ich ihm jetzt vielleicht sehr unrecht. Ich weiß es nicht, vielleicht... Ich kenne ja über sein Privatleben nicht so wirklich viel, aber... Ich auch nicht, ich weiß nur, er fährt nicht so gut Ski, aber gut. Okay, das weißt du, aber hat er sich irgendwas gebrochen? Ja. Okay, und du hast... Deswegen hat er die letzte Saisonhälfte nicht mitgespielt. Eine Saisonhälfte? Mhm. Warum erlaubt man den Deppen noch Ski zu fahren? Das ist die Frage. Eine halbe Saison? Ich glaube schon, also ungefähr, ja. Ich glaube, Rückrunde hat er... Der hat doch nur eine Saison. Er stand da nicht in... Ja gut, jetzt hat er noch eine, aber ich glaube immer noch nicht, dass er noch nicht 100% wieder fit ist. Blöd, ne? Was soll das? Das ist... Ja, Schalker halt. Was willst du machen? Ja, aber... Okay, aber zurück zum Thema. Das ist so... Er hat ja auch nicht mit seiner privaten Fotografie-Kunst geworben, sondern mit seinem blöden Hechter im Tor. Ja, ist die Frage. Braucht man, um gute Werbung zu machen, einen Top-Fotografen, der Bilder macht, die Leute nicht verstehen? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber das Budget könnte man ja auch in... Guck mal zum Beispiel, mein Sohn geht jetzt in die dritte Klasse. Warum gibt es nicht Fotografie-Kurse? Die könnten ja auch unterstützt sein. Voll. Die könnten doch auch mal mit ein paar Millionen diese neuen Arsch schieben an so ein Landesbildungsministerium gehen und sagen, so hör dazu, jede Schule kriegt irgendwie zehn Kameras. Ihr müsst nur einen Lehrer finden, der Fotografie interessiert ist. Absolut. Macht da einen Fotokurs. Ja, ich hatte auch mal, also zwei meiner besten Freundinnen sind ja Lehrer, er hatte auch gefragt, ob ich irgendwie Bock hätte, so eine AG irgendwie zu machen mit ihm zusammen. Aber das ist dann auch irgendwie nicht zustande gekommen, weil, weiß ich auch nicht, nicht so das Interesse da war. Schade. Ja, aber ich, also ich glaube, dass... Foto AG, mega cool. Ja, also das Problem ist, dass die Foto AGs meistens von irgendwelchen Leuten wie dir gemacht wurden, die dann irgendwelche Chemikalien rumpanschen. Nein, man kann es ja auch digital machen. Aber siehst du, aber merkst du, man kann es ja auch digital machen. Der Standard wäre dann die analoge Puncherei. Ja gut, das gab es damals in Schulen, weil es nichts anderes gab. Viele Schulen hatten Fotolabor auch einfach, ne? Ich weiß, aber das geht ja, man könnte ja auch mal heutige, man könnte ja heutige Schulen mit heutiger Technik ausstatten und sagen, guck mal, hier ist ein LED-Licht, hier ist ein Ringlicht, hier ist ein sonst was, hier ist eine Kamera und jetzt macht mal cooles Zeug, macht mal eine Makroaufnahme, hier eine Lupenvergrößerung, sonst was. Also da wird so viel und die Produktionskosten von solchen Kameras, die sind ja nicht so hoch, wie wir sie zahlen müssen im Verkaufspreis. Das heißt, wenn da eine Kampagne gestartet werden würde von den Herstellern, von mir soll es halt der Industrie, der Verband der Fotoindustrie zusammen machen, aber warum machen die nichts mit, also da passiert gar nichts. Ist ein guter Punkt. Dafür hechtet Neuer in der Ecke für eine Fernsehwerbung und sagt, ja, Alpha 7. Das hat den Autofokus auch nicht besser gemacht. Irgendein Marketing-BWL-Mensch würde sich was dabei gedacht haben. Es wurde abgesegnet, dann wurde es nochmal abgesegnet. Wurde es nochmal abgesegnet. War das nicht sogar die falsche Kamera irgendwie? Irgendwas war da doch. War es eine 6000 oder sowas, ne? Irgendwie so. War die Alpha 6000, glaube ich. Klack, 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 klack. Kann man gerne mal kommentieren übrigens. Der schnellste Autofokus, gemessen dem Labor. Du weißt wie so Apotheker. Banane. Nein, aber ich finde, wir machen ja alle zu wenig. Ja, hast du recht, man darf sich auch gerne an die eigene, also packen. Ja gut, du hast deine Leica, die du immer mit dir rumschleppst und keine Rücksicht drauf nimmst. Ich habe andere Kameras, die ich kaputt mache. Ich finde, wir haben auch teilweise zu wenig Spaßkameras, weißt du? Ja. Das merke ich ja, dass die Leute, die bei Workshops bei mir sind, mit einem Koffer ankommen, wo fertig ausgeschnittene, weißt du, so in so Schaumstoff gelagerte Kameras sind. Ja. Und ich denke mir so. Das ist nicht die Kamera, die du mal eben umschnallst. Das ist nicht die Kamera, die du mit deinem Strand nimmst für deinen Sohn im Anusbau, weißt du, gefühlt. So, und wenn ich jetzt Leute treffe, das ist Absicht. Ja, nee, Kameras muss man auch dabei haben. Das ist ein viel bemühter Spruch natürlich, aber klar, wenn ich keine Kamera dabei habe, die coole Fotos macht, dann kann ich auch niemandem coole Fotos zeigen. Ja, und übrigens, siehst du, was da liegt? Ich fällts gerade ein, ich komme gleich wieder. Tschüssi. Hättest du jetzt so in den Keller gehen müssen? Achso, ja gut. Der Schinken, ja. Aber? Der Hobel. Die liegt jetzt ein halbes Jahr lang sozusagen. Mach mal ins Mikro. Ganz kurz. Kamera ASMR in drei, zwei, eins. Ah. Wunderschön. Oh, da war eine Speicherkarte drin. Oh ja. Nein, aber das ist ja der... Nächste, weil sie immer noch speichert, ne? Arsch. Ich lösche mal jetzt die ganzen Fotos von dir. Nein, aber du wirst jetzt lachen, aber die liegt halt hier geladen und entsichert in der Wohnung. Geladen und entsichert. Jaja, ist so Pistolenjargon, ne? 35-2-0, Bildscherbisator dran. Und auf die Luzi. Automatik, ne? Offene Blende. 2.0. ISO. Automatik. Geilo. Das laden wir gleich in die Story hoch. Nee. Ja, aber das ist ein geiles Bild, oder? Ja. Bisschen weißer gleich verkackt. Aber ich glaube, das liegt hier am... Machen wir in Lightroom. Das liegt hier am Setting. Ach nee, das war das blaue Display. Weißt du noch? Ah. Ja, ja, ja. Aber die sieht einfach ganz anders aus. Ja, also in dem Sinne. Öfter mal eine schöne Kamera mitnehmen, die auch Spaß macht und die schöne Bilder macht. Nicht nur das Handy. Damit man vielleicht auch mal Leuten zeigen kann. Und vielleicht auch gerade noch ein bisschen beeinflussbareren Leuten. jungen Leuten, dass Fotos eigentlich ganz geil sind, ja. Ich meine, dafür und davon leben wir alle ein bisschen. Die jetzt das auch gucken wahrscheinlich und mal abonnieren sollten. Und kommentieren sollten. Ja. Ach so, und übrigens, ein kleiner Aufruf. Bedenkt mal kurz einen Rabattcode auf. Ausführt Lichtsätze und Bücher. Ja, okay. Wir haben endlich, endlich, endlich DHL bei uns im Store drin. Es gab ja sehr viel, sehr viel Anfragen von wegen, boah, warum DPD und sonst was. Und es war nicht so einfach, dieses Plugin installiert zu bekommen, weil wir einen eigenen Webstore haben. So, nicht irgendwie so. Und jetzt ist es aber endlich gemacht. Und deswegen wollen wir mal ein bisschen ein paar, also wenn wir zwei, drei Bücher verkaufen würden, wäre es jetzt ganz gut. Damit wir mal gucken, dass das... Wie der Workflow, der neue jetzt für uns flowt. Also, wenn wir jetzt einen Rabattcode geben, wir geben auch mal Rabattcodes raus und es kauft keine Sau. Das unterschätzt man immer nur, weil da 5000 Leute jetzt so einen Podcast hören oder so eine Sendung hören. Aber mach mal nur einen Rabattcode. Nur mit Kamera. Ist der Rabattcode. Nur mit Kamera. Nur mit Kamera. Alles zusammengeschrieben, klein. Und was gibt es? Rabatt auf Versandprodukte. Also für Magazine. Versandprodukte, 30 Prozent. 30 Prozent. Für alle Versandprodukte. Machen wir es für zwei Tage. Wow. Okay. 24 Stunden. Alles klar. 24 Stunden. 24 Stunden. Nach Upload. 30 Prozent. Für alle Versandprodukte. Ich wette, da werden drei Leute. Okay. Nee. Ist okay. Alles gut. Machen wir. Machen wir. Jetzt mache ich das falsch oder was? Nein. Nee, nein, nein. Machst du jetzt... Sagst du jetzt mehr oder weniger? Nö, ist schon... Ist ein guter Rabatt, finde ich. Alles gut. Ja? Ja, machen wir. Kann man hier noch... Ein Schnapper, ja. Machen wir. Ich bin gerade auf dem Schlauch sitzen. Findest du es zu viel oder zu wenig? Oder falsch? Ich finde, es ist ein guter, ordentlicher Rabatt. 30 Prozent. Ja. Ist ja gut. Machen wir. Ciao. Das ist ja alles BWL, Marketing. Nee, nicht ciao. Jetzt nochmal hier der explizite Aufruf. Also, ich weiß, es ist immer nur eine Zahl, ne? Aber es ist eine Zahl. Aber uns fehlen noch so 200 Leute. Müsste 100.000 Abonnenten haben. Also, das wäre vielleicht mal eine Sache, wo man explizit uns helfen könnte. Genau. Und zwar, man nimmt irgendein cooles Video, was wir gemacht haben über Lichtsetzung, über Fotografie. Nicht Kameratechnik, kack. Zum Beispiel den Crashkurs Portrait. Crashkurs Urlaubsfoto Destination. Und poste den irgendwie bei Instagram oder bei Facebook mal rein. Sagt, hey Leute, geiler Fotokanal. Unterstützt die doch mit einem Abo. Ja. Habt ihr schon gesehen? Abonniert. Das wäre richtig cool. Das wäre mal cool. Also, wenn man selber noch nicht abonniert hat, was übrigens die Hälfte der Zuschauer nicht haben. Auch von dem Podcast. Generell. Auf unserem Kanal. Das heißt, wir hätten schon die 100.000. Wir hätten schon 200.000. Theoretisch. Jetzt übertreibst du. Wenn die Hälfte der Leute, die es schauen, nicht abonniert haben. Stimmt. Okay, Mathe. Das klappt ja wirklich. Nee, aber wirklich gerne auch mal die schönen Sachen teilen. Mit so einem kleinen Aufruf verbinden. Daumen nach oben geben. Glocke aktivieren. Das ist eine coole Idee, oder? So ein schönes Video. Crashkurs haben wir toll gemacht. Crashkurs Audio. Crashkurs Portrait. Crashkurs Fotografie. Der hat ja eine Million Views. Das stimmt. Ja. Anders Uschold. Objektivfreie. Eins, zwei. Übrigens, da kommt bald was. Sensorschrecke. Sondern aber genau. Mit Hans Schlüter. Mit Hans Schlüter. Kommt bald. Dafür Abo da lassen. Ciao. Tschüssi. Jetzt aber wirklich. Ey, die blinkt immer noch nicht. Die blinkt immer noch nicht. Verrückt. Nikon. Ha, ha. 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 ha. Ha, ha. ha. Bis zum nächsten Mal.